Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich habe gerade mein Mikrofon ein bisschen drüber gestellt. Und heute eine versprochene Runde, eine gute Runde, mal survivalgames. Und scheiße, scheiße, da habe ich natürlich gar nichts gekriegt, bin richtig gut, bin richtig stolz auf mich. Scheiße, das ist tot, so. Und heute habe ich einen Theon mitgebracht, zum Glück auch noch einen Theon mitgebracht, weil sonst würde das ja wahrscheinlich todeslangweilig werden, wenn ich nur PvP mache. Und ich bin nicht so der Gute im PvP, doch. Also, ich bin, ach nee, was soll ich sagen, ich bin nicht so gut im PvP. Einfach okay halt, ich bin einfach okay. Wie sagen wir mal meinen? Mal so dezent am Rand und sowieso, wenn ich kommentiere, bin ich die größte Lachnummer. Ich könnte mal so ein Gameplay präsentieren und ich habe gerade gegessen, darum bin ich so ein bisschen fett. Bin nicht fett, Leute, ich bin fett. Sagen wir das nicht immer. So, ähm, was soll ich ansprechen? Nur zwar, ähm, ja, ich habe so ein bisschen News von mir eigentlich. Ja, ja, ähm, ich gehe am Freitag, bin ich, äh, weg, bin ich am, am Video-Date. Also, ich bin nicht am Video-Date. Ich bin, ähm, bin am Freitag, bin ich dann... Warte, ich muss mal schnell ein bisschen mich equipen. Aber ich bin richtig gut equipt. Was ist da los? So, ich bin am Freitag, genau bin ich an einem Konzert von Avicii. In Basel, vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr Basel. Also, so eine bisschen größere Stadt in der Schweiz. Weil, für euch, für eurem Verhältnis ist es wahrscheinlich auch klein. Es hat nicht eine Million Einwohner oder so. Nie. Ja, nie eine Million Einwohner oder so. Richtig. Also, eher eine kleine Stadt in der Schweiz halt. Einfach, einfach die Schweiz ist das halt. Und, ja, auf jeden Fall wird auf jeden Fall richtig cool. Gehen wir mit einem Kumpel und mache ich auch ein Pampchen-Lebt-Video dazu. Aber dazu, äh, wird dann noch etwas kommen. Nee, wahrscheinlich nicht, weil dann einfach Papi-Lebt wieder zu kommen. Wahrscheinlich dann am nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage irgendwann mal. Weil, ich werde dann wahrscheinlich todmüde sein. Weil wir werden die Nacht wahrscheinlich durchmachen. Weil ich todmüde sein. Und ja, da bin ich wahrscheinlich wirklich am Arsch sein. Äh, mit meinem Körper. Wird es sich wahrscheinlich sagen. Nee, du machst es nicht mehr. Aber dann habe ich wahrscheinlich einen normalen Schlafrhythmus eines YouTubers. Hier war schon jemand, was ist da los? Oder ich war da, ja, gerade und habe einfach ein Gedächtnis, eines Goldfishes. Man weiß es nicht, doch. Pff, ich laufe jetzt mal ein bisschen meine Route. Habe ich auch noch keinen einzigen Gegner gesehen. Bin so richtig, ähm, auf Chiller-Modus gerade jetzt. Oh, Leute. Ähm, ja. Wir machen dann wahrscheinlich die Nacht durch. Und, Leute, aber wie ihr wisst, ich trinke ja kein Alkohol. Und das wird dann heißen, ich werde dann nicht irgendwie durchdrehen, abgehen. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Zeitweise werde ich wahrscheinlich schon abgehen bei diesem Konzept. Ist sicher geil. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie so richtig komisch so, äh, äh. wie halt einer ein besoffener halt ist. Ist jetzt nicht schlimm. Aber, ähm, so bin ich halt halt nicht gemied. Und dann müsst ihr nicht das erwarten, dass ich so im Miedo bin. So, das habe ich auch ja. Ja, Leute, vielleicht, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ich trinke wirklich kein Alkohol. Ich bin, hm, brauche das eigentlich gar nicht. Also, ich bin nicht, ich habe nichts gegen, nichts gegen Leute, die das machen. Also, können machen, wie sie wollen. Aber, ähm, ich brauche das nicht. Also, ne. Bin, bin nicht so der Fan davon. Ne, ne. Ihr könnt, könnt, ne. Brauche ich wirklich nicht. Und, ähm, am schlimmsten finde ich dann eigentlich die Leute, die dann, also, ich mach das einfach, ich schneide das jetzt einfach an. So, am schlimmsten finde ich halt die Leute, also die, es gibt Leute, die machen so, sagen alle halt Spaß. So, ja, komm, nehm doch auch ein bisschen. Die sagen das nur Spaß. Die sind Kumpels, die sagen das nur Spaß. Aber es gibt dann auch Leute, die sagen, ey Digga, du musst jetzt eins nehmen. Ey Digga, das kann es nicht sein. Du trinkst keine Ahnung, das kann es jetzt nicht sein. Und dann, 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 keine Ahnung, keine Ahnung, warum, warum die so darauf bestehen, dass man, dass man auch trinkt. Ich, ich meine, äh, ich, ja, hu, das habe ich. Nein, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum, warum es Leute gibt, die dann darauf bestehen, dass man nimmt. Vielleicht haben sie dann schlecht gewissen. Oder, ich weiß wirklich, ich verstehe es wirklich nicht. Da vorne ist ein Gegner, der macht mir ein bisschen Angst. Weil er zum guten Namen. Ist er jetzt weitergelaufen? Ja, ist er. Ist er. Ist er, der hat ziemlich gutes Equip, der bessere Schuhe als wir. Der wird wahrscheinlich eh nicht gut ausgerüstet sein wie wir. Ähnlich viele Rüstungspunkte. Das macht mir schon ein bisschen Angst, der Typ. Ja, der macht mir Angst. So, reden wir erst dem, dem man erstmal hinterher. Aber im Haus will ich ja eigentlich nicht kämpfen. Mein Haus bin ich wahrscheinlich schlechter, weil ich mit diesem Block hinten da, 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 da bin ich nicht so gut. Also, ja, ich mache es ihnen wie nie. Und da rechts oben, da habe ich auch noch einen Namen gesehen. Oh, Mann, 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 Leute. Ich lasse die kämpfen, ich lasse die kämpfen, Leute. Ich lasse die kämpfen. Oder? Nee. Warum haben die nicht gekämpft? Hallo? Flo place. Flo place? Hallo? Hallo Flo place? Hallo Flo place? Nein! Nein! Ich habe nicht gekämpft. Nein! Oh, hä? Das kann das nicht sein? Nein! Oh, nee! Scheiße, ich schaue wahrscheinlich wieder so, so in die Kamera. So wie der letzte abgespastelte Abspecker. Speck, Speck, Speck. Ja, wahrscheinlich wie der. Oh, nee, da gehe ich jetzt nicht ins Wasser? Da gehe ich jetzt nicht ins Wasser. Nee, 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 nee. Darauf lasse ich mich nicht ein. So. Der Typ. Keine Ahnung, warum macht die Team? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Kein Team, kein Team. Oh, der Typ ist gut, der Typ ist gut. Aber das ist nur Holz schwer. Das ist nur ein Holz schwer. Und jetzt geht... Ja, haben wir... Nein, haben wir. Nein, haben wir, Leute. Nein, haben wir. Oh, Leute, Leute, Leute. Das wird nochmal ganz knapp. Oh. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Nein, nein, nein. Racken, racken, racken. Schnell essen. Oh, nee, der Typ holt das da. Nee, damit dürfen die es zulassen. Dürfen die es zulassen. Schnell, schnell, schnell. Go, go, go. Power Rangers. So, wir müssen jetzt schnell nach unten gehen. Oh, nee, da hat er eine bessere Hitbox. Das ist richtig. Oh, Deathmatch. Was, schon? Was? Das ist ja eine richtig knackige Runde, oder was sagst du? Das ist ja eine richtig knackige Runde. Oh, nee. Ich hab den ganzen Stuff vom anderen Typ nicht. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss Team machen. Nee, ich mach kein Team. Ich mach ein Team, Leute. So. Oh, die hauen sich jetzt. Wir sind nur noch zu dritt. Okay. Okay, das ist eine knappe Kiste, würde ich einfach mal meinen. Ich habe gar nicht mit dem Team gemacht, oder? Ja, aber ich schau den zuerst kaputt. Oh. Okay. Der meint es wahrscheinlich ernst. Ja, okay. Der Typ meint es jetzt. Der ist wahrscheinlich gut. Scheiße, Leute. Scheiße, Leute. Das wird nochmal ganz knapp. Das sind... Ah, nee. 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 Ich muss ranken, ich muss ranken. Ich kann nicht fighten. Ich kann nicht fighten. Soweit ich mich auch gut schaue. Oh, ich finde mir einen einen Schwertkraft. Soll ich das riskieren? Das Risiko eingeht? Nee. Oh, nee. Schnee weg hier. Schnee weg hier. Und dann wahrscheinlich ein Schwertkraften. Schnee eine Schwertkraften. Warte, ich hoffe mir jetzt ein Scher. habe ich essen habe ich essen ja ich habe noch kuchen schnell zu essen und ich muss einfach regnet es ist einfach unmöglich gegen so einen guten pfp spieler zu gewinnen so oh der typ der ist ganz der ist ganz ruhig drauf sorry ich habe einfach richtig nur bin ich aufgang aber ich habe gewonnen leute okay ich habe nicht ich habe ich habe wirklich es seht ihr auch an mir an mir ich bin nur dummer sack der kann ich und ich weiß wirklich nicht geht leute und ich würde sagen leute wenn euch die ganze runde gefallen hat dann würde ich mich über einen daumen hoch freuen und wenn euch das ganze nicht gefallen hat tut mir leid habt ihr leid auch die zeit vorgönnen und sagen heute rein lade bis zum nächsten Mal